Ja, dann würde ich sagen Abfahrt. Abfahrt! 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 Lass mal die Maggie voten. Das ist eine Frechheit, wirklich. Ich habe gar nichts gemacht. Gott, du hast mich auch gevotet in der einen Runde. Du kannst nicht Nein sagen, du hast ja für 10 Substar gelassen. Ja, war wie aller Ehre, oder? Ja, stimmt. Die anderen waren ehrenlos. Ja, ich dachte, Ende des Monats können wir mal machen. Ja, ich habe jetzt einfach reporten, weil es war eh leis aus und kam und wir haben eh nichts gesehen. Also machen wir es so wie auf Mira und wo uns Maggie ist? Nein! Doch, halte ich für eine gute Idee. Nein! Bin ich gänzlich mit einverstanden. Nein, bitte nicht trollen. Okay. Ich würde nie trollen. Hä? Was unterstellst du mir hier? Bitte der Rest einfach skip. Wir hätten eigentlich aus dem Meeting vielleicht irgendwelche Infos. Es gibt keine Infos. Es war lights out, kam okay. Ja, dann skip bitte, trotzdem. Auf skip, äh, Maggie skippen. Ja, ja. Aufs Maggie skippen. Du dachtest, Maggie ist doch der skip button, oder nicht? So ist es nämlich. Hui! Ehre an den Swopper wirklich. Ich küsse deinen Herz. Ehre. Ehre, Maggie. Ehre dich selber. Ich will aufwarten. Ich will aufwarten. Es ist wirklich eine bodenlose Frechheit. es ist maximal schlimm dann oder da ist was geht es geht mir auf jeden fall schon mal etwas besser wurde jetzt hier ja heute schon aber das ist ja schon nicht mehr lustig ja richtig frech einfach nur sorry aber ich musste sie aufhalten halo was drei oh gott ich habe bernie reportet ich war drei leute da oben gesehen und ich glaube für den ersten kill kann ich mehr raus also mel und katze sind gerade in auto ich kann ich kann sagen die diesel und sunny leiche sind älter die leiche von bernie ist auch so circa 20 30 sekunden alt also alle kids sind älter für die die letzte leiche auf jeden fall kann ich jamm rausnehmen und für die ersten beiden kills kann ich den fair und mel rausnehmen äh katze und wie wie ich habe euch nicht gesehen ich habe katze den ganzen tag gesehen das ist wild weil ich bin chameleon mich zu sehen ist das wohl unmöglichste überhaupt übrigens da bin ich gerade eben rechts von der links von der person die gerade eben den leiz die leiztür aufgemacht hat du hast die aufgemacht okay ich hab nur die tür aufgehen sehen ähm ich dachte katze ich hab dich bei ähm bei o2 bei diesem baum zurückgelassen äh da bist du heute live wo warst du voratmen jetzt ja ich habe die storage stars gemacht also hier ja ich habe die hier die kanister aufgefüllt also währenddessen habe ich lichter gefixt ich glaube mel linear und bernie waren da drin dann wurden wir da eingesperrt ja und deshalb weiß ich ja ich habe ich habe meine auffülltast fertig gemacht aber bist du von also bist du von links oder von rechts in office rein office bin ich von links reingelaufen also tut mir leid wenn ich das jetzt so ausspiele rechts war die tür rechts war die tür aus äh zu mach bitte die tür aus ähm wir hatten immer noch vorhin im kamo den report auch wenn du der situation meinst das war durchaus und so weiter niemand hat was gesehen ich hatte kein back ist halt trotzdem ja ist halt trotzdem hundertprozentige handschrift von dem baby geh nicht auf mich in dem moment ja das problem ist du redest auch gerade davon dass du leute während lights out in irgendeiner variante von der position her callen kannst die lange her ist ja aber die ganze Zeit hin und her gelaufen bin weil ich solche panik hatte weil meine rolle mir so viel druck macht du warst aber nicht im eingang dort du warst nicht im eingang dort du hättest in lights out das ganze nicht sehen können wer von unten nach oben cross das bedeutet entweder hast du mehr vision oder einfach schlechte calls nee katze ich bin es nicht ich ich skippe jetzt keine ahnung ich weiß wir müssen eigentlich voten ich hab geskippt katze wenn du auf mich gehst dann haben die Impostor gewonnen ich bin nicht aufsicht gegangen du bist nicht auf mich gegangen aber ich bin derjenige der mit nein und ich bin mitgeskippt das bedeutet im endeffekt wenn du wirklich böse bist ist das ein problem weil dann hat dein mate gerade danni oh 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 das war nanachan nanachan was geht schnitte Bringt ihr für ein Follow. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, es ist nicht Jam, weil sie gerade den Button gedrückt hat und sie hätte auch rumgehen können und mich töten können. Ich weiß, das ist kein Argument, aber wir haben zu zweit an dem Tisch gewartet. Ich vertraue dir, Jam. Ich vertraue Katze, weil ich ihn sehr oft gesehen habe. Mel habe ich erst gegen Ende vom letzten Game gesehen. Ich glaube auch, Jam hat mir gerade den Arsch gerettet. Mel hat sich die ganze Zeit an mich rangewiggelt gerade. Ich habe Lichter gefixt. Jam, ich glaube, du hast geskippt. Und dann bist du still gestanden und das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe Lichter gefixt, bin rausgelaufen. Habe ich auch gerade gesehen. Nicht ganz. Du standest da erst. Du hast nicht geskippt? Okay. Bei sechs Leute mit zwei Impostoren? Ja, ich habe auch nicht geskippt. Ich habe dich gewotet. Ich muss aber zugeben, danach habe ich auch gedacht, okay, Vivi ist gerade sehr hektisch und ich glaube, dass sie doch die Wahrheit sagt. Also deshalb, ich hätte dich dann doch nicht mehr gewotet. Okay, dann nehme ich jetzt Jam raus. Ich nehme Katze raus. Ich folge euch. Ihr müsst, wir müssen jetzt einvoten. Ich habe Mel gewotet, weil ich glaube, Mel wollte mich gerade töten. Also legit, Mel, es ergibt gar keinen Sinn als Crewmate, wenn du mich für Sus hältst oder für einen Killer, warum wiggelst du mich an? Das wirkte eher so, dass du auf den Kill-Cooldown gewartet. Ja, es wirkte so, als hättest du auf den Kill-Cooldown gewartet. Oder ich habe ein Schild, ich weiß es nicht. Well, about that. Alles bestens bei dir. Das könnte stimmt, Maggie. Ja, also ich weiß nicht, sie ist so an mich herangedippt, so als ob sie versucht hat, mich zu killen. Oder der Kill-Cooldown war noch nicht down. Nee. Ich dachte, ich bin legit jetzt tot. Der Kill-Cooldown war down. Ich habe mitgezählt, der Kill-Cooldown ist angegeben. Okay, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass ich ein Schild habe, aber es wirkte so, als ob sie... Also für mich ist auch... Also Jam habe ich ja gerade schon für den letzten Kill rausgenommen und für mich ist Jam aber auch sehr vertrauenswürdig. Jam ist für mich hundertprozentig safe. Sie hat um den Tisch rumgehen können, um mich zu töten. Also Smegi, du musst keine solche Panik haben. Okay, Ehren, Katze. Ich meine nicht, dass sie nicht reingestochen hat, aber es hat auch noch niemand die Runde nicht reingestochen. Wo haben, meinst du, ich bin nicht? Deswegen. Bis jetzt noch nicht, nee. Okay, also wenn Katze jetzt gevotet wird, wissen wir, dass er recht hat. Auch nicht viel, danke für den Follow. Traut sich sowieso niemand. Guck mal. Okay, dann... Wir haben uns so, Nana-Chan. Also ich verwirre, also ich bin nicht verwirrt. Ja. Und geh auch auf den Mail. Ich habe das Gefühl, Smegi und Katze kaufen. Das ist ein oder... Nein. Die Katze habe ich gesehen, Katze kann das so sein. Wenn ich euch einkaufen wollte, würde ich keinen Cent bezahlen. Ich habe Coupons für alle von euch. Coupangs, Bing-Bang. Ich beschütze dich, Jam. Und you will the vote. Ich weiß nicht, ob das nicht war. Du warst leider verdammt. Ich glaube ihr nicht. Bang, bang, bängidi-bang. Bang, bang, bängidi-bang. Bang, bang, bängidi-bang. Bang, bang, bäng, bängidi-bang. Bang, bang, bängidi-bang. Bibi, komm mit. Komm mit. Bibi vertraut mir nicht. Nice, danke dir für den Gift-Zapp an Nana-Chan. Nana-Chan, wir haben uns doch... Du warst doch mit Dings unterwegs, oder? Oh, Linia, ich habe mich gerade gesucht, um dich zu erschießen. Was? Irgendwer, irgendwer kauft da ein. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe nicht gerafft, was... Ja, hätten wir jetzt Maggie gevotet... Was wieder Troll wäre. Ja, aber du hattest zu wenig Votes, siehst du? Da muss man auch drauf achten, in der ersten Runde. Ob du so ein Troll wenig Votes hast, oder nicht? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte viel zu viel Votes dafür, dass nichts klar war. Wie du hast mir vertraut. Ich habe dir vertraut, dass du wirklich Medic bist und Maggie geschildert hast. Ja, aber selbst dann wäre die Info nur gewesen, dass niemand versucht hätte, ihn zu ermorden. Findest du das nicht viel, Sasa? Jasper? 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 Bis zum nächsten Mal.